... der Abfahrt. Helle A10, die Nachrichten. Meldungen aus der Städtelregion Aachen und der EU-Region. Um die Aachener Campusbahn so gut wie möglich zu planen, hat sich das Verkehrsunternet Asiak jetzt die Kölner Verkehrsbetriebe als Partner in Mit- und Boot gehört. Die Kölner Kollegen haben nämlich bereits viel Erfahrung mit Stadtbahnen gemacht und konnten deshalb viele Tipps geben. Zunächst geht es um Fragen der Finanzierung und die Umsetzung des Abschnitts von Stadtgrenze bis Aachen-Buschow.